Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 29. August. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder sieben Technik-News für vorbereitet. Wir beginnen bei Hyperloop, gehen zu Uber, zu Fitbit Ioniq, zu Jota Phone 3, zu Sonos und zu iOS 11 Peter. Wir beginnen beim Hyperloop und dort fand wieder ein Wettbewerb bzw. eine Austragung rund um das Thema Geschwindigkeit statt. Diesmal konnte ein Team aus München von der TU dort für sich quasi überzeugen bzw. den Wettbewerb gewinnen. Im Endeffekt haben dies geschafft, eine Kapsel auf über 300 kmh zu beschleunigen und gewinnen damit den Wettbewerb. 324 kmh waren es genau, haben sich im Endeffekt gegen Teams aus der Schweiz und gegen amerikanische und kanadische Teams durchgesetzt. Im Endeffekt bekamen sie dann auch direkt Lob von Elon Musk. Trotz allem, wir sind immer noch dabei bei Machbarkeitsstudien. Trotz allem aber relativ überraschend das Ganze und ja, 324 kmh sind ja schon mal sehr interessant. Trotz allem, insgesamt sollen ja über 500 kmh auf der Teststrecke machbar sein und insgesamt will man ja auf 1200 kmh das Ganze beschleunigen. Das ist noch ein weiter Weg. Wir kommen zu Uber und dort gab es Probleme mit dem alten Chairman. Der musste ja vor allem wegen Sexismusvorwürfen gehen. Mittlerweile hat man einen neuen gefunden. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen. Im Endeffekt ist es der alte Chef von Uber. Expedia, Dara heißt er mit Vornamen. Den Nachnamen könnt ihr gerne in den Show Notes nachlesen. Der ist für mich unersprechlich leider. Wir kommen zu Fitbit und die haben jetzt endlich die Ioniq vorgestellt. Das ist die Smartwatch, die schon sehr häufig in den Gerüchten war. Jetzt mittlerweile ist sie offiziell. Sie soll im Oktober starten. Preis gibt es noch keinen. Eine Webseite liest sie allerdings schon mit 350 Euro. Das kann die Uhr für das Geld. Im Endeffekt hat sie jede Menge Fitnesssensoren drinnen, kann VO2 Max messen, hat GPS, bietet Unterstützung für kontaktloses Bezahlen, hat 2,5 GB Speicher für Musik, ist wasserdicht und kann dementsprechend auch schwimmend tracken. Ein offenes SDK soll noch kommen. Zusätzlich wird es auch eine Kooperation mit Adidas geben. Dementsprechend wird auch eine eigene Adidas Variante angeboten. Die Bänder schauen dabei sehr verdächtig nach denen aus, die wir schon bei Apple mit Nike sehen. Kennen quasi, ja, auf der anderen Seite. Mal schauen, was das Ganze bringt. Soll Apple, iOS und natürlich auch Android unterstützen. Display soll mit 1000 Nits leuchten. Das kennen wir auch zum Beispiel von der Apple Watch. und soll 4 Tage Akku bieten. Mal schauen, was die Uhr dann tatsächlich kann, wenn sie denn dann im Oktober veröffentlicht wird. Wir kommen zu Jotaphon und da gab es ja auch schon sehr häufig Gerüchte, dass das Jotaphon 3 kommen soll. Mittlerweile wurde es offiziell vorgestellt. Es besitzt ein 5,5 Zoll großes AMOLED Display, was jetzt vielleicht nicht so berauschend ist. Was das Handy natürlich wie immer herausstechen lässt, ist das 5,2 Zoll große E-Ink Display, das auf der Rückseite sein wird. Ein einziger kleiner Wermutstropf und das Smartphone wird vorerst nur in China veröffentlicht. Wir kommen zu Sonos und die haben bei der amerikanischen FCC ein neues Gerät angemeldet. Es lautet auf den Codenamen S13 und wird ein Mikrofon integriert haben. Also eben wahrscheinlich um Sprachdienste wie Alexa zu unterstützen. Auf der anderen Seite ja keine großartigen Neuerungen oder keine großartigen Leaks aus dieser FCC-Inmeldung. Es geht vor allem um einen smarter Lautsprecher, der eine Touchbedingung besitzen wird. Das würden wir aktuell von Play5 zum Beispiel auch schon kennen. Wir kommen zu iOS 11 Beta und da gleich zwei News. Einerseits AIS in der alten Beta 7 gab es ein paar Leaks, was neue Workouts betrifft für die Apple Watch. Im Endeffekt soll da jetzt American Football, Baseball, Bowling, Tanzen, Skifahren, Seilspringen und verschiedene Kampfsportarten sowie Surfen unterstützt werden. Einige davon sind bereits unter den sonstigen Workouts verfügbar, andere noch nicht. Ist vielleicht ein kleiner Leak auf die kommende Apple Watch. Wir werden es dann sehen, wenn die dann im September vorgestellt wird. Hinweise, warum gibt es diesmal keine wirklich? Weil im Endeffekt alle Sportarten, die hier angeführt werden, wären meiner Meinung nach Sportarten, die auch schon mit der aktuellen Apple Watch messbar waren. Bei der anderen, also bei der Series 2, war das ein bisschen was Neues. Da ging es ja vor allem darum, dass irgendwie Schwimmen dazukommen, weil die Watch halt wasserdicht wurde. Klar, da war es auf dem Feature der Watch zurückführbar. Ja, in dem Sinne, diesmal sehe ich das noch nicht, aber wir dürfen gespannt sein auf die Vorstellung. Stichwort Betas, die Beta 8 für Entwickler von iOS 11 und auch allen anderen Betriebssystemen, also macOS, HS, Sierra, tvOS und watchOS ist raus. Wahrscheinlich wird dann auch noch die Public Beta nachziehen am Montagabend. Zu Zeitpunkt der Aufnahme war es noch nicht der Fall, aber vielleicht kam das dann kurz nach der Aufnahme noch raus. Dementsprechend, ja, wir sind mittlerweile bei wöchentlichen Beta-Rhythmen angelangt, bis zum finalen Release und zur Keynote ist wahrscheinlich nur noch wenig Zeit. Tja, in diesem Sinne, das war es mit der heutigen Ausgabe, auch als wenig Zeit, sondern eine relativ kurze Ausgabe. Es gab nicht so viel News heute leider. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen mit hoffentlich mehr News wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.